Man hat jemanden Besonderes kennengelernt, jemanden ganz anderen, dem man je begegnet ist, jemanden von einem anderen Planeten. Und man macht einen Fehler. Man war nicht vorsichtig. Und jetzt hat man die extraterrestrische Geschlechtskrankheit Weltraumherpes. Ich habe es selbst durchgemacht. Zuerst habe ich versucht es abzustreiten. Ich trank, hatte Aggressionen, die ich an denen ausließ, die ich liebte. Aber jetzt habe ich einen großartigen neuen Weg gefunden, mit dieser Krankheit umzugehen. Ich bin motiviert zu leben und ich werde mich von dieser Sache nicht runterziehen lassen. Außerdem habe ich jetzt, da meine außerirdische Braut mich mit ihren Eiern geschwängert hat, so vieles, worauf ich mich freuen kann. Und das alles wäre nicht möglich ohne Herpinal. Herpinal kontrolliert meine Symptome, erlaubt mir mich zu paaren. Und darüber hinaus kann ich ohne weiteres bis zu zwölf Schlüpflinge in meiner männlichen Gebärmutter ausbrüten. Das ist ein Dutzend. Nach der siebenwöchigen Tragezeit platzen unsere Kinder durch den fleischigen Mantel im subkutanen Fett rund um meinen Bauchnabel. Und ich werde wissen, dass sie gesund und krankheitsfrei sein werden. Herpinal-Salber und Tabletten sind am wirksamsten, wenn sie mit dem Herpinal-Wunschhaber verwendet werden. Der Wunschhaber entfernt das Sekret von der Oberfläche der offenen, nässen in heitigen Pusteln. Herpinal verursacht Kopfschmerzen, Übelkeit, Schlafstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Aufgedunsensein, Ziegengesicht, wilde Halluzinationen. Gepaart mit Warnideen, als würden sie sich in Agrox den Schlechter der Krachmarks verwandeln und Durchfall. Haben Sie keine Angst zu leben. Probieren Sie Herpinal und fangen Sie heute an. Gah! Gah! Gah!